Hallo, ich bin's und der Fischi ist auch dabei. Jo, ich bin auch dabei. Wir sind Hashtag Menschenhändler und würden gerne bei Turo7 mitspielen. Ja, wir handeln gerne Menschen. Ja, also mit Menschen und wir handeln auch gerne Menschen. Besonders letztes. Ja, und jetzt zeigen wir, dass wir eine wunderbare Aufnehmerqualität haben und eine wunderbare kampftechnische Qualität. Begabung. Und wir bringen dieses Projekt auf ein ganz anderes Level. Immer. So, also ich fische jetzt halt nicht, ne? Ja, ich nicht. Wir müssen mal so einen krassen Verhalten machen. Die anderen Anmeldevideos hatten immer so zwei Sekunden Verhalten. Ich bin halt nicht krass. Ich bin krass. Oh, ich bin wirklich krass. Ich nicht. Aus Füchis Perspektive habt ihr bestimmt gesehen, wie ich schon gecheatet habe, weil ich bin halt Cheater. Nein. Ich bin halt nur zu gut für alle hier. Und Toreax, wenn du das siehst, komm mal, wo du in FIFA bist. Ich bin besser geworden als da, wo du mich das letzte Mal komplett auseinandergenommen hast. Er hört sich schon nicht mehr an, den Dreijähriger. Auch nicht? Ey. Das ist aber auch seit letztem Jahr, als ich keine Ahnung, 15 bin. Seitdem höre ich mich nicht mehr an wie ein Dreijähriger, ja. Seitdem bin ich sogar im Fahrroutine. Ja, das war wirklich nicht reingelassen. Das war asozial. Ich habe vier Bewerbungen geschrieben. Wir waren schon ultra gut miteinander. Ich habe so jeden Tag im Talk gefragt. Ich habe hier immer gehostet, immer wenn ich es mir geschrieben habe. Und wie man sehen kann, haben wir auch immer unsere Tore hochgeladen. Sogar ich von Tore Cave an... Wo ich an einem Heulbein gestorben bin. Weil ich dachte, dass... Bei Tore Cave ist mein PC kaputt. Ah so empfehle ich seinen Inhalts immer noch nicht das Beste. Gut gegangen, da konnte ich nicht mehr holen. Ah, schade, ich will rege die Jäge. Ja, ja. Ich glaube, bei Tore Cave ist mein PC schon gegangen. Braucht mich. Ja. Ja. Stimmt, das ist ja übel. Zwei Jahre her, weiß ich nicht. Gefühlt schon, ja. Ich habe dann auch auf meinem Laptop gespielt. Ich habe dann kurzzeitig auf dem PC und meinem Bruder gespielt. Alter. Ich glaube, so ein Zeitpunkt hat er noch einen besseren PC gehabt als ich. Ja, die Zeit sind aber vorbei. Ja, ja. Ich bin crazy. Dafür hört sonst ziemlich jeder andere besseres Internet als du. Ja, egal. Fischi ist jetzt sogar braun gebrannt in Italien. Digga, hör mir, wo ich hingehe. Deswegen kommt es erst so spät. Ja, das war sehr wichtig, weil ich wäre sehr low. Oh, ich bin viel besser als Fischi. Fischi war in Italien. Oh, CS. Nein, nur Turo 7 ist ein super Projekt. Also, ich habe noch nie beim richtigen Turo mitgespielt und das wäre halt mein erstes und das wäre halt cool. Fischi war es zu Bremdturo dabei? Nein, beim richtigen Turo war ich nicht dabei. Das erste Turo war es gespielt, aber war Turo 2. Dann bin ich erst voll gebrannt. Ja, das ist eigentlich... Grund genug. Premiere. Ja. Seit über drei Jahren in der Szene und nicht ein Turo gespielt. Naja, kam halt auch lang, kein Sorn. Ja, eben. Es ist jetzt über 20-20. Glaube ich. Oha. Nein, deswegen war der Hype auch so groß. Ich weiß noch, als ich in die Szene gekommen bin und jeder gesagt hat, ja, wenn das nächste Turo kommt. Ja, irgendwie ist das nie gekommen. Digga, willst du aufhören? Weg mit dir. Hä, mit was soll ich aufhören? Ich habe nicht, ich habe... Ich habe... Irgend in der Luft. Ich habe diesen Scheiß... Ich kann Freestyle mit dem ganzen Tag. Was freestylst du? Was? Was? Was für Freestyle, ey. Hast du was Freestylen gesagt, oder so? Ja, ich habe Freesparen gesagt, Digga. Ich glaube... Freesparen, ja, sorry. Ne, ich sage, ich glaube, du hast etwas gedeckt gehabt. Ja, ne, glaube ich nicht. Also, wie man sieht, es ist ein sehr spannender Fall. Wir können ultra gut minecraften. Und ich glaube... Das hat sich wahrscheinlich eh keiner ein bisschen angeschaut, deswegen passt das schon. Ich konnte das Game noch nie. Du wirst es auch niemals können. Alles gut. Nice. Ich weiß ja nicht, du willst auch nicht sterben jetzt, oder? Willst du mal sterben? Nö. Boah. Oh, mein Gott. So, das war es dann mit Anwalt-Videos. Ja, danke fürs Einschalten, ciao. Tschüss.